so wie gestern versprochen sozusagen im letzten part das lasse ich nicht auf mir sitzen so eine verkackte runde wie die letzte da muss ich jetzt hier direkt noch eine dran hauen also das ging gar nicht 1300 punkte gerade mal negative kd das lasse ich nicht auf mir sitzen geht nicht genau ach ja wie stress wie ein alter pro und wer schreibt es auch noch kommst du denn hier ja super ja man 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 ich kann gar nichts mehr reden so kurz mal flugzeug machen ja genau geil ist noch alles drin ist der erste hallo in der schwulen bank fest der erste 00 ja jetzt 01 eben hat er 00 gehabt aber er ist da von der punktzahl her ne ach ja leute sagt ich krieg auch nur bei kiel geholfen ach gott sei dank ja das ist mir schon wieder alles zu anstrengend hier ja sei so was unfall unfall aha post morten so geht dann plus zwei jetzt muss ich mich anstrengend so das lasse ich mir jetzt hier nicht mehr versauen hoffe ich man weiß nie alles möglich überhaupt voll war jetzt kommt es gleich wieder um die ecke dann liege ich da wieder gerade wenn ich ja schreiben will ja was willst du denn da machen ey hä willst du da machen gegen zwei gunner beim level 18er gar nichts wo sind die denn auch alle was verstehe ich nicht so ganz verzogen beschreiben meine abonnenten aber oh falscher knopf falscher knopf zu sehen wie verspackt ich da gerade rumgesprungen bin schon nur noch plus eins ey voll verspackt rumgesprungen ja 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 bei kill geholfen habe ich ein schwein sonst werde ich jetzt schon wieder nur ausglichen man also ich habe auch ein Pech ey das gibt es gar nicht na super na super super einfach super ach Leute naja bei wem ist nochmal zwei mal kill geholfen ich sehe mal eine positive kd das könnte doch noch was werden ja sieht gut aus jetzt wieder zumindest besser als eben ja macht ihr mal komm her immer noch 40 ja ins Nummer zwei so ist gut 11 7 da ist schon besser ja ja so eine scheiße der wäre mir gewesen ach ja hier granate boah fuck 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 5-5 jetzt haue ich noch alle 5-5 aus positive kd und wir haben verloren äh in der ausführlichen kd und wir haben verloren jetzt alle 5 mal hole zeigen wir mal hier oh Leute mein Telefon klingelt verdammt gut ich muss Schluss machen wir sehen uns im nächsten Part bis dahin macht's gut hier ciao 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 Bis zum nächsten Mal.